Es macht somit keinerlei Sinn, sich gegen diesen unerträglichen Spannungsbogen zu wehren, wehren zu wollen. Denn der Sinn des Lebens ist ja nicht das Erkennen des Lebens und seines Sinns selbst, sondern der Vollzug des Lebens, die Umsetzung, der Erprobung, der Austestung dieser neu zusammengesetzten, weichfleischlich-elastischen, eleganten, genießenden Substanz mit Essenz, wobei es eben im Endziel des Heraklit nicht um Sinn, Bedeutung, Erhaltung des Lebens geht, sondern lediglich um die Fortsetzung der eigentlichen unsterblichen Materie, des Keimplasmas, dessen Unsterblichkeit aber lediglich eben in einer kontinuierlichen Veränderungsnotwendigkeit besteht, im Hochrüstungswettkampf mit anderen Kodizes, sodass dieser Wechsel von phänomenaler Erscheinung von Körpern, von Trägersubstanzen und dann wieder verschwindenden, lediglich virtuell vorhandenen Codes, entfleischlichten, entmaterialisierten, aber dennoch virtuell vorhandenen, Strukturmatrizes an eben in der Folge wieder Bauplänen für die Ausfältelungen, für die Fleischansetzung, für die Skelettierungen. Dieser Wechsel von Selektionsraum, das das eigentliche Leben ist, dieses Austestungs, Schausteller, Bühnen, Gaukler, Komödie, in dem alle Charaktere herumwuseln und nicht von diesen Brettern herunterspringen können, sondern irgendwie sich dann aufzurechtfinden müssen, in schlagfertigem Handeln oder schlagfertigen Pseudo-Handeln an sich herausquatschen und die anderen übertölpeln. Dieser Wechsel zwischen Mutationsraum und Selektionsraum, also zwischen fleischgewordener Phänotypizität, der Form angenommenen Substanz, der Substanz zugelegten Form, Neuausformungen, neu aberwitzig Formungen, dann wieder im Wechsel mit der Entfleischlichung, das Fleisch von den Knochen, Schaben und dann die DNA in der übrig gebliebenen Hülse und Röhre dieses letzten Aufbewahrungs Weihgefäßes heraus zu zentrifugieren und dann wieder mit anderen zu rekombinieren, da das einzige Ziel des Lebens nichts anderes ist als die kontinuierliche Rekombinatorik alles dessen, was mit anderen sich nach bestimmten Wahlverwandtschaftsregeln verstopseln und überkreuzen und neue Zusammensetzungen und neue Agglomerationen zu bilden vermag, egal ob im organischen oder im anorganischen und das Ganze dann immer mehr durch den verlorenen Glücksnexus des nichts-virtuellen Raums dann immer mehr zu verdichten, zu agglutinieren, zu agglomerieren, bis alles wechselseitig wieder in alle anderen wechselseitigen Schwarzlochring-Generatoren hineingestürzt sind und dann wieder das ultimative virtuell rein nichts entsteht, das sich nun nicht mehr vor der verschmutzten Materie zurückschrecken und erschaudern muss, um diese nach Gravitationsregeln aufeinander zu pressen. Das ist die Umdrehung der Gravitationsformel Newtons, das allerdings den gleichen Gesetzlichkeiten gehorcht, nur wird hier nicht gezogen, nicht angezogen gemäß Massenprodukt, sondern zusammengedrückt gemäß Produktmassen Gesetz und Abstandsquadrat. und Abstandsquadrat. Beide AL AU kay D W W